Moin und Ahoi! Mein Name ist Patrick Breyer. Ich bin für die Piraten im schleswig-holsteinischen Landtag zuständig für Verkehrspolitik. Hallo, mein Name ist Thomas Hegenbart. Ich bin Kölner Ratsmitglied und Sprecher der Piratengruppe im Kölner Stadtrat. Hallo, ich bin der Michael aus Bielefeld. Hallo, ich heiße Christian und sitze für die Piraten im Rat der Stadt Dortmund. Hallo, mein Name ist Frank und ich komme aus Witten. Hi, ich bin Melanie. Fahrt ihr zwischendurch Bus und Bahn? Ich bei uns im Kreis Recklinghausen eigentlich nur sehr ungern. Denn entweder kommt der Bus zu spät oder gar nicht oder ist zu voll, lässt mich gerne auch mal stehen. Ich ärgere mich darüber. Es ist durch unser beständiges Beharren doch immerhin dazu gekommen, dass es ein Modellprojekt gibt, an der Westküste unseres Landes eine Kurkarte sozusagen mit einem ÖPNV-Ticket aufzuladen. Das heißt, einige Kommunen, die mitmachen wollen, werden ihren Gästen eben anbieten, mit der Kurkarte dann auch fahrscheinlos den öffentlichen Nahverkehr benutzen zu können. Und das ist ein durchaus guter Einstieg in Tourismusregionen, wo ja viele Menschen auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind. Wir haben da einiges vor in Köln. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber ich denke, gerade in Essen werden wir darüber einiges sprechen, was fahrscheinlos bedeuten kann und in welchen kleineren Schritten wir da auch hinkommen können. Da könnte man sicherlich ein paar Schritte festlegen und sehen, wie man da auch die Verkehrsbetriebe mit ins Boot holt, wenn die sich das vielleicht noch nicht so richtig vorstellen können. In Bielefeld werden wir, so haben wir es in der Paprika-Koalition ja auch bereits vertraglich beschlossen, werden wir prüfen lassen, wie das Ganze funktionieren kann. Dazu haben wir in Witten einen Antrag gestellt, dass wir schon mal probeweise an verkaufsoffenen Sonntagen den fahrscheinlosen ÖPNV probieren. Deswegen unser Vorschlag, Modellregionen dafür einzurichten. Und ich fände es cool, wenn wir anhand einer Modellkommune mal aufzeigen könnten, wie es besser laufen kann, wie fahrscheinfrei sein kann und das vielleicht für alle anderen Kommunen und Kreise adaptieren. Ich bin sicher, dass ihr das in Nordrhein-Westfalen besser machen werdet. Ich wünsche eurer Veranstaltung gutes Gelingen und grüße euch aus dem hohen Norden. Möse 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 Untertitelung des ZDF, 2020